Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt. Denn heute gibt es wieder mal einen DM-Hall von mir. Und zwar nicht nur von mir alleine, sondern ich habe mich zusammengetan mit der lieben Astrid vom Kanal Rockin'Foxy. Ich verlinke sie euch hier oben in einer Infokarte. Und wir beide haben uns überlegt, dass wir euch eine tolle Verlosung direkt am Start des Jahres bieten wollen. Die ganzen Details dazu findet ihr unten in der Infobox. Und natürlich auch am Ende des Videos. Die Astrid macht eine Verlosung auf ihrem Kanal. Ich mache eine hier. Wir ziehen jeweils einen Gewinner. Also können am Ende zwei Leute gewinnen. Die einzige Bedingung ist, dass ihr uns beide abonniert, dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefällt. Und natürlich kommentiert mit dem Hashtag DM. Und jetzt zeige ich euch erstmal, was es bei mir zu gewinnen gibt. Und dann zeige ich euch meinen DM-Hall. Der hat so ein bisschen eine Mischung aus Beauty, Food, Lifestyle, wenn ihr so wollt. Und ich habe aber noch so viele coole Sachen hier, die es gar nicht beim DM gibt, sondern eigentlich eher beim Duplass. Aber ich wollte es trotzdem euch jetzt verlosen, weil ich dachte, es gefällt euch vielleicht. Und zwar das erste Coole, was es von mir gibt, ist eine zu Eva-Palette. Wunderschöne Farben. Ist genau meine Richtung. Und als ich die bekommen hatte, die habe ich, glaube ich, in der Goodie Bag drin gehabt. Die kostet um die 15, 20 Euro. Wusste ich direkt, dass ich sie verlosen werde, weil ich habe sehr viele Paletten mit diesen Farbtönen. Aber ich will euch nur eins sagen. Die lila Töne sehen hammermäßig aus. Diese Töne hier oben, damit könnt ihr richtig schöne neutrale Looks schminken. Und hier unten habt ihr ein Pop-of-Color. Also ich glaube, diese Palette ist richtig, richtig gut. Und damit der Lidschatten-Look perfekt wird, gibt es noch dazu einen grauen Kajal von Alverde und von Ebelin. Das hatte ich nämlich in meinem letzten DM-Haul gekauft. Und da ich die so gut fand, habe ich gedacht, ach, ich verlose euch das lieber. Und zwar diesen Pinsel, der oben einen Blender hat und unten einen Smudger, wenn ihr so wollt. Beziehungsweise so einen etwas dickeren Präzisionspinsel. Damit könnt ihr zum Beispiel im inneren Augenwinkel highlighten oder auch am unteren Wimpernkranz so ein bisschen verwischen. Also das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und deswegen wollte ich euch das gerne verlosen. Was ihr dafür tun müsst, ist natürlich Abonnent meines Kanals sein, aber auch Abonnent von der Astrid sein. Weil wir das diesmal zusammen machen. Ansonsten machen wir ja immer auch häufig Verlosungen alleine auf unseren Kanälen. Das heißt, schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Sie macht ähnliche Videos wie ich. Auch Hauls, Unboxings und Reviews. Allerdings ist sie ein paar Jahre jünger. Bestimmt 10 Jahre, würde ich jetzt mal schätzen. Insofern ist das vielleicht auch für die Jüngeren von euch auch interessant. Sie ist auch blond. Und eine ganz liebe und eine ganz nette Art auch an sich. Ja, und deswegen guckt vorbei. Sie verlost auf jeden Fall eine Essenspalette und noch ein paar andere Sachen. Ich blende euch hier mal ein Bild davon ein, was sie verlost. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant und sehr cool aus. Und schaut auf jeden Fall bei der Astrid vorbei. Dann könnt ihr dort nämlich auch noch teilnehmen. Und so habt ihr quasi doppelte Chancen. Und das ist doch eigentlich nicht schlecht. Okay, so ihr Lieben. Jetzt fangen wir mal an mit meinem DM-Hall, was ich gekauft habe. Ich habe ein bisschen was gekauft, was ich nachkaufe. Und ein paar Sachen, die ich ganz neu habe. Und da wollte ich euch auch mal fragen, ob ihr die Sachen vielleicht auch schon mal gekauft habt. Ob ihr da Erfahrung mit habt. Weil ich habe mir jetzt gedacht, okay, zum Start des neuen Jahres will ich natürlich wieder mal ein bisschen auf die Figur achten. Und so ein paar Sachen weglassen, wie Zucker und vielleicht auch mal ein paar Milchprodukte. Und deswegen habe ich mir gedacht, der DM, der hat ja so eine Biomarke. Und zwar auch für Lebensmittel. Ich kaufe mir mal einen Bio-Kokos-Drink. Und wollte mal wissen, ob den schon mal jemand von euch probiert hat. Ich habe ihn noch nicht probiert. Ich bin sehr gespannt, ob er mir schmecken wird. Ich dachte mir, dass ich den gegebenenfalls mit Kaffee trinken kann. Oder auch mit Joghurt. Oder beziehungsweise mit Müsli machen kann. Mit Haferflocken und so weiter. Oder alternativ. Das habe ich mir nämlich auch gekauft. Das fand ich ziemlich genial. Habe ich mir Hirse gekauft. Bio-Hirse. Weil Hirse hat wohl den Vorteil, sie ist tatsächlich richtig glutenfrei. Und ich glaube, das ist das einzige Getreide oder mit eines der ganz wenigen Getreide, die tatsächlich glutenfrei ist. Und dann habe ich mir gedacht, die kann ich mir süß zubereiten als Hirsebrei. Das kann ich mit Gemüse zusammen machen. Und ich wollte einfach mal so ein kleines bisschen meine Ernährung umstellen. Gerade nach dieser ganzen Schlemmerei. Und ich habe so ein Buch gelesen, Plant Paradox. Und da darf man Kohlenhydrate essen. Viele gesunde Fette. Und vor allen Dingen geht wohl auch Hirse. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, die Hirse muss mit. Und wenn ich es mir süß machen will, also als süßes Gericht, dachte ich mir, könnte ich das ja auch ganz gut mit diesem Kokosbrink aufkochen. Dann wird es nicht ganz so fettig als mit Kokosmilch. War so meine Idee. Und um meinen Kaffee auch noch ein bisschen Pepp zu verleihen, habe ich mir hier von Prova Mehl auch noch eine Mandelmilch gekauft. Ungesüßt natürlich, ohne Zucker. Ja, organisch, Bio, Organic Bio ist dasselbe. Ja, und habe mir gedacht, mal gucken, wie das ist. Ich weiß nicht, habe das schon mal jemand von euch probiert? Würde mich total interessieren. Ich meine, Hirse kenne ich. Das ist jetzt nicht das Ding. Aber so diese Mandelmilch hatte ich schon mal. Hat mir auch schon mal nicht geschmeckt. Ich glaube, aus einem Reformhaus. Und Kokosmilch generell esse ich, trinke ich total gerne. Aber hier ist es halt nicht so mit extrem viel Fett. Da sind nur 8% entfettetes Kokosfruchtfleisch drin. Und auch noch mehr Salz. Naja, wer weiß, wie das schmeckt. Ich bin sehr gespannt. Okay, ich glaube, das war es. Ach nee, mit dem Thema Essen war es das noch nicht ganz. Ich zeige noch zwei Produkte. Und zwar habe ich mir hier gekauft, auch im Zuge der Ernährung, so ein bisschen Optimierung. Das passt zwar nicht so ganz zu dem Buch, was ich da gelesen habe. Aber ich weiß, dass ich zum Beispiel, wenn ich abnehmen will, super geil direkt ein paar Funde verliere, wenn ich meine sogenannte Bohnendiät mache. Ich esse dann vorzugsweise Eier mit Bohnen am Morgen. Und wenn ich das so 2-3 Wochen mache, purzeln die Funde extrem. Also ich esse dann kein Brot. Ich nehme halt Bohnen oder Süßkartoffeln oder sowas dafür. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, als Snack zwischendurch diesen Thunfischsalat. El Gusto Mexico fand ich irgendwie interessant. Das ist mit Thunfisch, Kipneybohnen, Mais, Paprika und so weiter. Hörte sich gut an. Es ist aus MSC, nachhaltiger Fischerei. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Und mit Bio-Gemüse. Und ich dachte halt als Snack zwischendurch. Das ist verdammt teuer. Ich meine, das hat irgendwie 2-3 Euro gekostet. Wobei eine Dose Thunfisch natürlich im Aldi nur 80 Cent oder so kostet. Oder noch weniger. Aber hier habe ich halt auch noch das Gemüse drin. Ich spare mir eine Menge Zeit. Und ich dachte mir so, on the go ist es vielleicht keine schlechte Variante. Und dann habe ich mir das auch noch in der Variante Thunfischsalat Indian Curry gekauft. Und dachte, ja, vielleicht ist das was. Kann das was? Ich glaube, hier ist sogar noch Reis dabei. Kann das sein? Kichererbsen sind hier mit dabei. Kokosraspel. Ja, ich meine, hier ist auch... Das ist jetzt nicht komplett ohne Kohlenhydrate. Und das will ich auch gar nicht. Weil davon kriegst du schlechte Laune. Das geht nicht nur, wenn ihr da Bohnen dazu isst. Oder irgendetwas, was ein bisschen komplexe Kohlenhydrate hat. Ballaststoffe. Dann geht es euch generell besser, würde ich jetzt mal sagen. Als Frau, wir haben einfach einen anderen Stoffwechsel. Das funktioniert nicht so, wie die Männer das machen können. Dann nur Fleisch und Fett. Also für mich funktioniert das nicht. Und deswegen, ja. Also das habe ich mir so auf die Fahne geschrieben. Dann habe ich ein neues Beauty-Produkt ausprobiert. Habe ich mir mitgenommen. Ich fand das mega interessant. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen. War immer ein bisschen zu geil, sich das mitzunehmen. Und zwar von IQ Infusion Deep Caring Hair Mask. Und zwar für Color Protect und Repair. Da habe ich gedacht, okay, mal schauen, wie das ist. Ah, Gott sei Dank, es ist zu. Ich wollte jetzt mal dran riechen, um euch mal zu sagen, wie es ist. Weil da gibt es ja keinen Tester oder so. Und die kostet aber, meine ich, 8, 9 Euro. Relativ teuer. Ah, es riecht ganz gut. Es ist so rosa. Es riecht irgendwie auch ein bisschen minzig. Ach nee, das ist der Lavendel. Basilikumöl, Wacholder und Lavendel. Aber angenehm, frisch. Irgendwie, ich glaube, fürs neue Jahr ist das eine gute Variante. Ich sage euch auf jeden Fall, wie ich das finde. Und damit ihr das gegebenenfalls nachkaufen könnt. Nur ich fand halt die 9 Euro, die das kostet, noch okay im Verhältnis. Weil die haben auch diese Masken, wo man sich die Haare in so eine, ja, irgendwie einwickeln kann. Und da kostet eine, glaube ich, 6 Euro für einmal nutzen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann zahle ich lieber 9 oder 8 oder was das kostet. Und habe das und kann das 30 Mal benutzen oder so. Also das fand ich dann irgendwie mehr fürs Geld. Weil das andere muss man auch auswaschen. Und dann hängt man damit so einen Teil um den Kopf. Also irgendwie fand ich das vom Preis-Leistungs-Verhältnis zu viel. Aber wenn jemand von euch diese andere Maske, von der ich spreche, die ist in so einem Tüchlein drin, hat, dann sagt mir das bitte und schreibt mir mal ruhig in die Kommentare, wie ihr das findet. Und auch, ob ihr das hier schon mal benutzt habt. Weil, würde mich interessieren. Okay, dann noch zum Thema Haare. Ach, ich hätte jetzt erst mal was anderes nutzen sollen. Ich zeige euch das andere Thema Haare gleich. Ich muss mir erst mal was auf die Lippen geben. Ich wollte das eigentlich direkt am Anfang des Videos machen. Habe es aber jetzt irgendwie vergessen. Und zwar hatte ich in meinem Lipspodge-Video von Jeffree Star, falls ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das auch. Das ist richtig cool. Da teste ich die ganzen Nude-farbenen Lippenstifte aus. Und nicht nur die Nude-farbenen, sondern auch die, da sind ganz dunkelbraune dabei, aber auch helle Nude-Töne. Und da habe ich auch noch eine Verlosung am Laufen. Und da verlose ich einen ähnlichen Ton wie der, ist eher mehr ins Peachy gehende. Die Farbe Nathan. Die verlose ich da. Und ich habe alle ausprobiert. Ich habe mir super viel Mühe gemacht, mit Musik unterlegt und so. Und vielen hat das gefallen. Manche hat vielleicht das wegen Jeffree Star abgeschreckt. Aber guckt es euch mal an. Die, die es gesehen haben, fanden es eigentlich, glaube ich, ganz gut. Und mir hat es selber auch Spaß gemacht und gefallen. Und vor allen Dingen meine Lippen haben echt geblutet hinterher. Also so ein paar Tage später, als ich das dann so abgerubbelt habe. Also ich habe mich wirklich ins Zeug gelegt für euch. Das ist das, was ich sagen wollte. So, und ich habe mir bei dem Video immer ein Liquid Lipstick aufgetragen und dann noch da drüber ein Gloss, wenn es gepasst hat. Wenn es jetzt nicht gerade so eine kackbraune Farbe war, wo dann auch ein Gloss nichts mehr gerettet hätte. So, und das war der helle Gloss von Catrice. Und die haben noch, ich habe den jetzt gerade, ich finde den gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt noch zwei weitere gekauft. Einmal hier, das ist die Farbe Pink Up The Volume. Und dann einmal die Farbe Nuts About Mary. Und die sind so toll. Die sind ähnlich wie die von Dior. Und ich habe den ganz hellen in der Farbe 010. Ich habe ihn leider irgendwo in der Handtasche vergraben. Und ich wollte mir jetzt vielleicht mal den auftragen. Der schmeckt leicht minzig und macht die Lippen auf jeden Fall voller. Ach so, hier steht, dass da Menthol drin ist. Genau. Also ich zeige euch mal Nuts About Mary. So schaut der Applikator aus. Ja, das ist ein super Ton. Total schön. Und ich habe hier übrigens jetzt gerade auf den Lippen gehabt von Essence den Color Boost Matte About Matte. In der Farbe 03 Wanna Play. Und das ist jetzt in der Kombination mit diesem Catrice Ding ziemlich gut. Und ich mag überhaupt nicht einen Liquid Lipstick Pur drauf haben. Ich finde es irgendwie mit dem Gloss immer schöner. Und deswegen, den finde ich gut. Und den werde ich demnächst dann auch mal ausprobieren. Und holt euch die. Die kosten 3,50 Euro. Und den Ton fand ich auch toll für einfach so drauf machen, ohne irgendetwas drunter. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht auch ganz schön. Okay, super. So können wir es auf jeden Fall schon mal lassen. Dann zeige ich euch das nächste, was ich für die Haare habe. Das ist einmal von John Frieda. Und das ist mir nämlich leer gegangen. Das ist auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt. Allerdings habe ich das andere auch schon ewig lange. Und zwar ist das diese Zauberformel Seiden Finish Cream. Und die schmiere ich mir immer in die Haare. Das ist eigentlich so mein Standardprodukt täglich, wenn ich mir die Haare wasche. Ich wasche die nicht täglich, aber so alle zwei Tage. Dann mache ich mir das immer noch rein. Und gegen fliegende Haare ist das immer so ein bisschen was. Vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe da jetzt schon was drin. Ich will mir jetzt nicht zu viel reinmachen. Dann gebe ich mir das so in die Längen rein. Ich werde euch gerne mal mein Haar-Video verlinken. Ich habe schon so ein Video gemacht, wie ich meine Haare pflege und was ich benutze und so weiter. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das ja gerne nochmal anschauen. Und dann wollte ich eine Empfehlung aussprechen. Das habe ich jetzt nicht gekauft, weil ich es noch in klein habe. Und vor allen Dingen, weil ich es in groß nicht gefunden habe. Wenn ihr auf der Suche nach einem Trockenshampoo seid, dann, was ich jetzt hier letztens entdeckt habe von Batiste. Und ich fand Batiste nicht immer gut. Also vor allen Dingen nicht dieses Kirschzeug und so weiter. Aber dieses hier, Anti-Fritz, das war bei mir in einer Glossybox, glaube ich, drin oder in einer Pinkbox. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall riecht das erstens mal richtig gut. Und zweitens mal hat es tatsächlich richtig gut funktioniert. Mein fettiger Ansatz war direkt weg. Und ich konnte nochmal mit langen Haaren filmen, obwohl ich an dem Tag nicht gewaschen habe. Nicht heute, das war jetzt irgendwie mal ein paar Tage vorher. Und das konnte ich noch nie. Also normalerweise nutze ich Trockenshampoo immer so, dass ich das... Heute habe ich jetzt zum Beispiel die Haare gewaschen. Morgen kann ich die Haare nicht mehr offen lassen. Dann würde ich eigentlich einen Zopf machen. Und wenn ich dann am dritten Tag noch einen Zopf haben will, muss ich Trockenshampoo nehmen. Und jetzt war es aber so, mit diesem Trockenshampoo kann ich sogar... Könnte ich sogar morgen auch noch die Haare offen lassen. Und das geht normalerweise nicht. Das sieht furchtbar aus. Das sieht aus, als ob ich mir eine Woche nicht die Haare gewaschen habe. Ich habe so einen fettigen Ansatz. Das ist wirklich furchtbar. Und mit dem geht es. Und leider gab es das aber nicht zu kaufen in dem DM, wo ich war. Da gab es nur irgendwie... Da gibt es jetzt noch so andere Sorten. Hydrate und noch irgendwas anderes. Auf jeden Fall habe ich das leider nicht in groß gesehen. Und da mir das aber so gut gefallen hat, dieses Anti-Fritz für grauses, widerspenstiges Haar, habe ich gedacht, ich will wenn dann das nachkaufen. Weil die sind sehr teuer. Und ich will da eigentlich auch kein anderes probieren, wenn es dann nicht funktioniert. Und das ist das erste von Batiste, was für mich richtig gut funktioniert. Insofern würde ich euch das empfehlen. Okay, jetzt haben wir noch ein Produkt, ein Nachkaufprodukt, nämlich von Venus Gillette. Diese Rasierklingen, die kaufe ich immer nach. Die sind jetzt hier noch zu. Das ist ein Viererpack. Und die sind wunderbar. Die haben solche Gelkissen. Das sind immer die, die ich kaufe. Damit verletzt ihr euch nicht. Und auch mein Mann benutzt die total gerne. Und dadurch verschleißen die natürlich total schnell. Und er nimmt das halt so für die Brusthaare. Und er meint, damit schneidet er sich halt nicht. Weil das Problem ist mit diesen ganz normalen Nassrasierern für Männer, für ein Bart. Die haben halt keine Kissen. Und damit kannst du nicht ultra schnell schneiden. Und deswegen, ich habe mir letztens mal mit seinem Rasierer die Beine rasiert. Und habe mich direkt wirklich mehrfach geschnitten. Also das werde ich nicht mehr machen. Deswegen musste ich die unbedingt nachkaufen. Ja, und dann habe ich mir noch Klopapier gekauft. Das war im Angebot. Aber das wollte ich euch jetzt nicht zeigen. Ansonsten war es das jetzt schon mit meinem kleinen DM-Hall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal eure Meinung dazu. Ganz klare Kaufempfehlung. Auf jeden Fall diese Lipglosse würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann war ja so ein bisschen auch noch Food-Bereich dabei. Und jetzt kommt dann bald auch irgendwann im Januar neue Produkte raus. Dann werde ich natürlich wieder zuschlagen. Auch bei Catrice und Essence, wenn die ihre neuen Kollektionen rausbringen. Das dauert allerdings noch ein paar Tage. Und dann werde ich vielleicht auch demnächst mal wieder ein Full-Face mit Catrice oder Essence-Produkten schminken. Wenn ihr da Lust zu habt, habe ich da kein Problem. Das mache ich sehr gerne. Wie gesagt, wenn ihr jetzt an der Verlosung auch noch teilnehmen wollt, schaut gerne bei der Astrid auf dem Kanal vorbei. Die ist wirklich eine ganz Liebe. Ich denke, die wird euch auch gefallen. Und wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, abonniert uns beide. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und kommentiert mit dem Hashtag DM oder einfach, dass ihr teilnehmen wollt. Der Hashtag ist bei mir nie eine Pflicht. Das ist einfach nur für den Fall, dass nicht klar zu erkennen ist, dass ihr das gewinnen wollt. Also wie gesagt, bei mir gibt es die Kohle zur Eva-Palette. Bei der Astrid gibt es, glaube ich, eine Essence-Palette. Dann gibt es hier noch den Ebelin-Blender und auch noch den Kajal von Alverde. Ja, und dann wünsche ich euch natürlich ganz viel Glück. Ich wünsche euch auch ganz viel Glück fürs neue Jahr. und dass all eure Ziele da in Erfüllung gehen und wünschen. Und wir werden darüber vielleicht auch nochmal so ein Video machen. Ihr könnt mir gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben. Bin ich immer offen für. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier verlinke ich euch noch zwei weitere Videos von mir. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und dann hoffe ich, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.